Moin Leute, Mwuzi hier. Jedes Erbstück in Apex hat eine Bedeutung und auch eine Herkunft. Im heutigen Video schauen wir uns also die Geschichten von allen Erbstücken in Apex Legends an und wir beginnen direkt bei Wave und ihrem Kunai. Bei Waves Erbstückgeschichte begann alles bei der Voidwalker Geschichte aus den Outlands. Bei dieser Geschichte ist es für euch wichtig zu wissen, dass es zwei verschiedene Waves gibt. Einmal die normale Wave und einmal die Voidwalker Wave. In der Geschichte begann alles bei der Voidwalker Wave, als sie sich in einer Einrichtung der IMC befand. Hierbei war Wave auf einer Mission, bei der sie ihren ehemaligen Wissenschaftlerkollegen namens Amir Sainz suchte, um Rache an ihm zu nehmen. Wave arbeitete früher so lange zusammen mit Dr. Amir Sainz an einem Projekt namens Wave, bis er sie verriet. Wie sich jedoch herausstellte, war der Wissenschaftler bereits gestorben, zumindest in der Dimension, in der sie sich gerade befand. Als sie sich immer noch in der IMC-Einrichtung befand, wurde sie von mehreren IMC-Soldaten gesichtet, weswegen sie sich in dem Void also in die Leere begeben musste. Als sie sich noch in der Leere befand, entdeckte sie einen Wissenschaftler, welcher die normale Wave festhielt. Die Voidwalker Wave versuchte der normale Wave etwas zu sagen, was auch ihre passive Fähigkeit erklärt, denn die passive Fähigkeit, also wenn zum Beispiel jemand auf sie zielt oder sie sich in einer gefährlichen Gegend befindet und das gesagt bekommt, ist ihre eigene Stimme. Wave jedoch hörte die Worte der Voidwalker Wave nicht, weswegen die Voidwalker Wave die Leere verließ, um den Wissenschaftler aufzuhalten. Später gab die Voidwalker Wave der normalen Wave zur Selbstverteidigung ein Kunai. Als sie sich am Ende in einer aussichtslosen Situation zwischen IMC-Soldaten befanden, verschwand die normale Wave in die Leere. Die Voidwalker Wave blieb jedoch zurück, da sie feststellte, dass Dr. Amir in dieser Dimension lebendig ist und sich Rache schwirrte. Am Ende von der Geschichte kann man also sagen, dass Wave das Kunai von der Voidwalker Wave zur Selbstverteidigung bekommen hat. Die nächste Erbstückgeschichte dreht sich um die Axt von Platterhund. Erst einmal, da sehr viele von euch immer fragen, ob Platterhund nun männlich oder weiblich ist, er ist nichtbinär. Nichtbinär bedeutet, dass er entweder ein wenig von beiden Geschlechtern hat oder er sich fühlt, als hätte er ein wenig von beidem. Was davon genau zutrifft, ist nicht bekannt, da Platterhund immer noch ein großes Mysterium ist, dennoch ist sicher, dass er nichtbinär ist. Beachtet es also einfach gar nicht, wenn ich Platterhund mal als eine Sie und mal als einen R anspreche. Wie dem auch sei, begann bei Platterhund alles, als er noch ein Kind war. Er verlor seine Eltern in sehr jungem Alter in einem Sturm, weswegen er von seinem Onkel Arthur großgezogen wurde. Als Platterhund später im richtigen Alter war, übergab ihm ihr Onkel eine Axt, mit der er einen Prawler töten sollte. Dadurch sollte er sich beweisen, um als vollständiges Mitglied des Dorfes zu zählen. Als sie später auch auf einen Prawler traf, war er bereits tot und er wurde von einer noch viel größeren Kreatur getötet. Als sie später auf diese Kreatur stoß, fand Platterhund ein Elektrogewehr, womit er sie erst einmal stilllegen konnte. Da Platterhund die Kreatur jedoch mit der Axt und nicht mit etwas Technologischem töten sollte, verkrub er das Elektrogewehr, nahm ein Horn der Kreatur mit und tat vor ihrem Onkel so, als hätte er die Kreatur mit der Axt erlegt. Sein Onkel konnte jedoch erkennen, dass Platterhund nicht die Axt, sondern etwas Technologisches zum Erlegen der Kreatur benutzte. Da die Kultur seines Stammes jedoch auf alten Sitten beruht, gab er ihm nicht die versprochene Belohnung, weswegen sie immer noch nicht als vollwertiges Mitglied des Stammes zählte. Später, noch am selben Abend, kam die Kreatur, welche Platterhund erst als tot vermutete, zur Rache ins Dorf. Platterhund versuchte sich erst der Kreatur zu stellen, doch vergebens. Als sein Onkel Arthur zur Hilfe eilte, kassierte auch er einen heftigen Schlag und flog volle Wucht gegen einen Baum. Als es Platterhund letztlich doch gelungen, die Kreatur zu verscheuchen, eilte sie zu ihrem Onkel Arthur, welcher seine letzten Minuten damit verbrachte, Platterhund zu sagen, dass er seine Prüfung bestanden hat, da es wohl auf mehr als die Waffe ankommt. Kurz bevor er dann ein für alle Mal die Augen schloss, übergab Arthur ihm noch eine Axt. Später machte er sich nur mit Hilfe der Axt auf den Weg, die Kreatur zu erlegen, was ihm mit Hilfe eines Wurfes gegen eine Art Stichstoffrohr auch gelungen. Wir können somit also darauf schließen, dass Platterhunds Axt von seinem verstorbenen Onkel Arthur kommt, weswegen es natürlich eine Menge Erinnerungswert hat. Die nächste Erbstückgeschichte handelt um Octanes Butterfly. Zu Octane und seinem Erbstück gibt es bisher erstmal noch keinen Trailer, dennoch ist bekannt, dass sein Erbstück etwas mit seiner Persönlichkeit zu tun hat, da es gefährlich und vor allem auch schwer im Umgang ist und er halt ein auf waghalsige Stunts stehender Adrenalin-Junkie ist. Das passt also alles sehr gut zu seinen vorherigen Aktivitäten. Außerdem passt es auch sehr gut zu ihm, da sein Butterfly auch Stim enthält. Dieses Stim ist aber nicht das Stim, welches er sich in den Spielen stetig zuführt, sondern ein Stim, welches ihn einfach glücklicher und zufriedener werden lässt. Dennoch ist bis heute nicht wirklich bekannt, woher er das Butterfly hat. Vielleicht hat er es auch von irgendjemandem geschenkt bekommen oder vielleicht hat er es sich auch selbst besorgt, man weiß es nicht. Dennoch können wir definitiv darauf schließen, dass sein Erbstück einen Teil seiner Persönlichkeit widerspiegelt. Die nächste Erbstückgeschichte dreht sich um die Stäbe von Lifeline. Genau wie bei Octane und seinem Erbstück gibt es auch bei Lifeline und ihrem Erbstück keinen Trailer, in dem man die Stäbe sehen kann. Von vielen wird zwar vermutet, dass es Defibrillator-Stöcke sind, da sie gut zu ihrer Persönlichkeit passen würden. Jedoch konnte man auf einem Poster von Watson entnehmen, dass sie früher ein Mitglied einer Band namens The Flyer Liars war und dort Schlagzeug spielte. Somit ist es also deutlich sinnvoller, dass ihr Erbstück Schlagzeugstöcker sind. Man weiß aber leider nicht, woher sie die Stöcker hat. Es kann sein, dass sie sie von einer ihr wichtigen Person wie einem Bandmitglied oder irgendjemanden aus ihrem damaligen Privatleben bekommen hat oder dass sie sich die Stöcker einfach selbst besorgt hat. Dennoch können wir auf jeden Fall darauf schließen, dass es wohl auch einen guten Erinnerungswert hat, da es halt aus einer Zeit stammt, in der sie Mitglied einer Band war. Die nächste Geschichte dreht sich um Mirage und der Statue seiner selbst. Auf der einen Seite zeigt die Statue seine arrogante und selbstverliebte Art, jedoch hat sie auf der anderen Seite eine viel tiefsinnigere Bedeutung. Man weiß, dass Mirage ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat, da er seine drei Brüder im Krieg verlor, weswegen er alleine mit seiner Mutter aufwuchs. Außerdem verbrachten sie auch sehr viel Zeit damit an der Holo-Technologie zu forschen, letztlich bekam Mirage sogar auch seine Fähigkeiten von seiner Mutter. Leider litt seine Mutter letztlich jedoch an starken Alzheimer, weswegen sie nicht einmal mehr wusste, dass er ihr Sohn war. Eine Theorie, woher das Erbstück kommt, ist, dass Mirage das Erbstück selbst für seine Mutter machte, um ihr Gedächtnis an ihn anzukurbeln. Dennoch ist auch das nicht ganz klar und es besteht auch noch die Möglichkeit, dass es seine Mutter, nachdem sie erfuhr, dass er zu den Spielen geht, für ihn gemacht hat. So oder so spiegelt das Erbstück von Mirage jedoch seine beiden sehr verschiedenen Seiten wieder, also einmal die arrogante und selbstverliebte Seite und einmal die traurige Seite. Die nächste Erbstück-Geschichte betrifft Pathfinder und seine Boxhandschuhe. Bevor Pathfinder den Apex-Spielen beitritt, hatte er viele verschiedene Jobs, da er Geld brauchte, um sein damals gebrochenes Bein reparieren zu lassen. Bei seinem letzten Job traf er auf einen ehemaligen Cop namens Victor Meiderer. Victor Meiderer wurde bei seinem letzten Einsatz, als er besessen nach einem Verdächtigen namens Alexander Knox, a.k.a. Korsix, suchte, als Lügner hingestellt, da er keine wirklichen Beweise hatte und deswegen gefeuert. Abgesehen davon war Victor Meiderer aber auch ein professioneller Boxer. Pathfinder sah ihm öfters beim Boxen zu, um sich etwas abzuschauen. Vermutlich entwickelte er dadurch Inspiration, weswegen er letztendlich selbst damit anfing. Da Pathfinder mit dem Boxring auch einen eigenen Ort besitzt, scheint es wohl auch so, als wenn Pathfinder in der letzten Zeit, bevor er den Apex-Spielen beigetreten ist, relativ viel Zeit mit dem Boxen verbracht hat. Da er durch Victor Meiderer letztlich zum Boxen inspiriert wurde, deutet auch alles darauf hin, dass er die Boxhandschuhe von ihm bekam. Ganz klar ist das jedoch auch nicht. Dennoch kann man hier darauf schließen, dass die Boxhandschuhe wohl auf eine Art Hobby von Pathfinder hindeuten und es gleichzeitig auch ein Andenken an einen alten Freund zu sein scheint. Die nächste Geschichte dreht sich um Bangalore und ihr Datenmesser. Hier fing alles an, als Bangalore, a.k.a. Nita und ihr Bruder Jackson beide an der Schlacht von Quit Iment Hainer. Beim Angriff eines Piloten in Miliztarnung wurde Bangalore vom Datenmesser des Piloten heftig erwischt, weswegen sie nicht weiterkämpfen konnte. Als die Karten für die IMC, also für Jackson, Bangalore und den anderen Soldaten zu schlecht standen, entschieden sie sich für einen Rückzug, wobei Bangalore ein Einschlafmittel bekam, um zu verhindern, dass sie sich einmischt. Als sie später aufwachte, war die IMS Hestia 01 auf der gianischen Insel Stormpoint bruchgelandet. Die Überlebenden begannen mit Jackson als Anführer, eine provisorische Siedlung am Absturzort zu errichten. Anita, beunruhigt über diesen vermeintlichen Verrat, sendete ein Notsignal zur Evakuierung und konfrontierte Jackson mit seinen Handlungen. Später erhielt sie auch eine Antwort und zwar vom Commander Squire, einem Piloten, der der IMC dient. Squire kam auf seinem persönlichen Schiff an, um Jackson wegen Hochverrats hinzurichten. Als Jackson und auch der Rest widersprach, brach ein Kampf aus. Nachdem Squire die Siedlung wahllos bombardiert hatte, begann er selbst als Tarmpilot, die Geschwister anzugreifen. Nachdem sich Squire Bangalore geholt hat und mit ihr über die Siedlung flog, konnte Bangalore Squires Jetpack mit seinem eigenen Datenmesser deaktivieren. Als sie in ein nahegelegenes Gebäude krachte, war sie in Zusammenarbeit mit Jackson in der Lage, ihn zu entwaffnen und mit seinem eigenen Datenmesser zu verstechen. Danach nahmen sie das Messer Squires als ihr eigenes. Einige Zeit später ging Jackson auf eine Art Mission, aus der er bis heute aber nicht zurückkam. Bangalore ist sich bis heute auch nicht sicher, ob er noch lebendig oder bereits tot ist. Alles in allem kann man bei dem Erbstück von Bangalore also sagen, dass es von Squire, also ihrem ehemaligen Erzrivalen, stammt und es weiterhin sicherlich aber auch ein Andenker an ihrem Bruder Jackson ist. Die nächste Geschichte dreht sich um Gebreiter und seine Axt. Falls ihr es bis jetzt noch nicht wusstet, dann solltet ihr wissen, dass Gebreiter etwas andersherum, also eben homosexuell ist. Er bekam seine Axt als Geschenk von seinem ehemals festen Freund namens Nick. Die beiden waren so lange ein Paar, bis Nick nach einem Ereignis, bei dem er sich für Gebreiter opferte, ins Gefängnis musste. Gebreiter trug es jedoch immer mit sich herum, auch nachdem sie sich getrennt haben, was bedeutet, dass es einen gewissen sentimentalen Wert hat. Die nächste Geschichte dreht sich um Korsig und seinen Hammer. Korsigs Erbstückwaffe, ein riesiger Hammer mit einem Gasmasken-Emblem auf der Rückseite, deutet darauf hin, dass er es von Vincent Dynamics bekommen hat. Vincent Dynamics ist ein Waffenhersteller aus der Titanfall-Serie. Das Einzige, was man hierzu sonst noch weiß, ist, dass er es wohl erst hatte, als er schon Korsig und nicht mehr Alexander Nox hieß, und er es wohl benutzte, um irgendjemandem bei einem Gefängnisausbruch zu helfen, mehr ist dazu aber nicht bekannt. Mehr ist allgemein zum Erbstück von Korsig im Zusammenhang mit seiner Vorgeschichte aber auch gar nicht mehr bekannt. Definitiv gibt es da aber einen Zusammenhang, denn es ist eigentlich bei jedem Erbstück so, eventuell gibt es auch einen tiefsinnigeren Zusammenhang mit der Hilfe zu einem Gefängnisausbruch. Wie dem auch sei, dreht sich die nächste Erbstückgeschichte um Wampart und ihren Schraubenschlüssel. Es gibt wohl kein Erbstück, was besser zur Vorgeschichte der Legende passt, als das von Wampart. Man weiß, dass Wampart vor den Apex-Spielen eine eigene Werkstatt hatte, in der sie äußerst spezielle Waffen für ihre Kundschaft anfertigte. Es könnte also sehr gut sein, dass sie diesen Schraubenschlüssel zur Arbeit benutzt und der heute ein Erinnerungswerk an ihren alten Job hat. Sie hat ihren Job ja wirklich sehr geliebt, doch musste ihn leider aufgeben, da Kubenblisk dafür sorgte, dass ihre Werkstatt niedergebrannt wurde. Es ist leider jedoch nicht genau bekannt, woher sie den Schraubenschlüssel hat, aber es steht auf jeden Fall fest, dass er auch Erinnerungswert besitzt. Als nächstes haben wir Wevenant mit seiner Sense. Das Erbstück von Wevenant passt auch sehr, sehr gut zu ihm und seiner Vorgeschichte, da er ein absoluter Killer war und er zusammen mit der Sense einen Sensenmann widerspiegelt. Die Herkunft des Erbstücks ist am Erbstück selbst zu erkennen, da man auf beiden Seiten das Hammond Robotics Logo sehen kann, weswegen man natürlich darauf schließen kann, dass die Sense von Hammond Robotics kommt. Vermutlich bekam er es von Hammond als Geschenk dafür, dass er ein solch guter Killer war. Genaueres ist dazu aber nicht wirklich bekannt, also ob es nun irgendeinen Erinnerungswert wie die anderen Erbstücke hat, ist nicht bekannt. Es ist zwar sonst bei jedem Erbstück so, dass es irgendeinen Erinnerungswert hat, aber Wevenant ist ja sowieso relativ gefühlt kalt, sage ich jetzt mal, weswegen es hier auch nicht unbedingt sein muss, aber es ist definitiv möglich. Das bisher letzte Erbstück ist das Erbstück von Watson. Zum Erbstück von Watson ist bisher am wenigsten bekannt. Es ist weder in der Vorgeschichte erwähnt worden, noch weiß man woher oder von wem es kommt. Die Vermutungen schließen aber am ehesten dazu, dass sie es entweder selbst alleine oder zusammen mit ihrem Vater gemacht hat. Am meisten Sinn würde es ergeben, wenn sie es zusammen mit ihrem Vater gemacht hat, da es somit natürlich gleich auch einen Erinnerungswert hätte. Dennoch ist das leider aber wie gesagt nicht bekannt. So und das waren die Geschichten von allen bisherigen Erbstücken in Apex Legends. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Lust habt, weitere Geschichten von Apex Legends zu sehen bzw. zu hören, dann klickt gerne mal auf die Playlist oben rechts in der Infokarte. Dort findet ihr alle Apex-Geschichten-Videos von mir. Aber gut, lasst gerne noch eine Bewertung und sehr gerne auch einen Kommentar da. Und ja, danke fürs Deine Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.